Hi, ich bin Sascha von ErwinMoto. In dem Video schauen wir uns das Terra-Gepäcksystem der Firma Shed an. Viel Spaß dabei! Also, das Terra-Gepäcksystem von der Firma Shed ist neu bei uns im Programm. Einmal mal kurz zur Firma Shed. Die Firma Shed kommt aus Spanien, genauer gesagt aus Barcelona. Und genau in Barcelona werden diese Koffer auch entwickelt oder wurden entwickelt und werden produziert. Also alles made in Spain bzw. Barcelona. Ja, was haben wir hier? Wir haben ein Adventure-System, ein Adventure-Koffersystem, das heißt ein Alu-Koffersystem, welches ihr von der Seite beladen könnt. Das ist eigentlich der große Unterschied zu vielen anderen Systemen. Zum Beispiel von SW-Motec oder Givi, die Systeme sind meistens Top-Loader, das heißt ihr könnt die Koffer von oben beladen. Und hier haben wir ein seitlich beladbares System, das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Ja, einmal zu den Größen der Koffer. Also, es gibt einmal das Top-Kiss, was ihr hier seht. Das könnt ihr an diesen Ösen erkennen, wo ihr noch zusätzliches Gepäck befestigen könnt. Das gibt es in 37 und 48 Litern. Und dann gibt es die Seitenkoffer, die gibt es in 36 und 47 Litern. Beide Systeme gibt es in diesem Alu-Silber hier oder aber in schwarz. Das ist die Black Edition von Shed. Ja, schauen wir uns den Koffer also mal genauer an. Von außen, wir haben einmal das Shed-Logo hier drauf. Der Hauptteil des Koffers besteht aus Aluminium. Hier unten haben wir einen Kunststoffschutz sozusagen, einen Protektor. Und der ist eigentlich dafür da, dass die meisten Steine etc., die hier rumfliegen oder wenn der Koffer mal aufklappt, dass da ein bisschen Schutz da ist. Unten drunter haben wir zwei Scharniere. Die sind aus Edelstahl, sehr hochwertig gefertigt. Und noch zwei Kunststofffüße. Die sind einfach dafür da, dass der Koffer nicht umkippt. Das heißt, ihr könnt ihn also so hinstellen. Ansonsten haben wir einen Staubschutz, eine Staubschutzkappe hier oben, wo drunter der Schließzylinder geht am Anfang immer ein bisschen schwer ab. Hier kommt der Schließzylinder rein. Zu den Schließzylindern folgendes. Beim linken Koffer ist kein Schließzylinder dabei, beim rechten Koffer sind drei Schließzylinder dabei und im Topcase ist immer jeweils ein Einzelner dabei. Also ihr seht das hier zum Beispiel, im Topcase habt ihr den verbaut. Wollt ihr eine Gleichschließung haben, im rechten Koffer habt ihr drei Schließzylinder. Den könnt ihr ganz einfach austauschen und schon habt ihr linker Koffer, rechter Koffer sowie Topcase mit einem Schlüssel zu bedienen. Dann schauen wir uns den Koffer mal von innen an. Das System ist einfach zu öffnen und zwar über diese Klappe hier. Wenn der Verschluss offen ist, könnt ihr den Koffer öffnen. Und dann sehen wir hier, was ich angesprochen habe, dass der Koffer seitlich beladbar ist. Wir haben hier nochmal so eine kleine Kunststoffklappe, die einfach verhindert, dass euer Gepäck oder was ihr immer geladen habt, hier rausfällt. Der Koffer schluckt auch einen Integralhelm, das heißt auch ganz gut, dass jetzt hier die große Variante, die kleine, passt natürlich kein Helm rein. Diese Kunststoffklappe hier könnt ihr aufklappen und könnt den Topcase bzw. den Koffer noch besser beladen. Zusätzlich gibt es von Shet noch eine Innentasche, die genau hier reinpasst, das heißt, diese könnt ihr euch zusätzlich bestellen. Blenden wir hier mal ein, wenn ihr die haben wollt. Ansonsten sehen wir, dass der Koffer wasserdicht ist. Es schließt mit zwei Gummilippen hier ab. Also hier ist nochmal genau diese Gummilippe und hier schließt das System rein. Das heißt, immer genau schauen, dass nichts dazwischen ist und dann sollte der Koffer wasserdicht sein. Gibt es bei YouTube einen, der hat einen Test gemacht in der Badewanne bzw. unter der Dusche. Da kam nichts rein. Bis jetzt habe ich auch nicht gehört, dass sie nicht wasserdicht sein sollten. Zum Thema Kofferbefestigung an einem Motorrad. Ihr braucht den 4P-Kofferhalter von Shet. Und ob es den für euer Modell gibt, könnt ihr einfach herausfinden, indem ihr unter dem Video hier auf den Link klickt. Dort haben wir euch einmal alle Modelle aufgeführt. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, euer Fahrzeug zu filtern. Filtert dann den Hersteller Shet und seht, ob es ein 4P-Haltesystem für euer Motorrad gibt. Also für die meisten gängigen Adventure-Modelle gibt es das. Also ich sage mal BMW R250GS, R1200GS, Ducati Multistrada, Multistrada V4. Ich glaube die 950er ist auch dabei. Tiger 800, Tenere 700, Afrika Twins natürlich, Tausender, Elfhundeter. Für die ganzen Modelle, also die ganzen gängigen Adventure-Modelle, gibt es Kofferhalter von Shet für diese Koffer. Ja, das Befestigungssystem selber ist ganz einfach. Das heißt, der Koffer wird über dieses System hier eingehakt. Und wenn ihr den Koffer entnehmen wollt, habt ihr hiermit die Möglichkeit, den zu entriegeln. Das heißt, ihr könnt diese Klappe vorne auch wieder zumachen. Entriegelt hier mit diesem Halter. Und der Vorteil ist, ihr könnt mit diesem Halter direkt den Koffer tragen. Das heißt, das Ganze funktioniert auch mit einer Hand und ist super leicht zu bedienen. Wenn ihr den Auspuff auf der rechten Seite habt, zum Beispiel, würde ich euch empfehlen, rechts den kleineren zu nehmen. Also rechts die kleine Variante, links die große Variante. So habt ihr es eigentlich am besten ausgeglichen. Müsst ihr mal ein bisschen schauen, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt natürlich auch rechts die große Variante nehmen, dann wird es allerdings asymmetrisch. Also am besten immer da, wo der Auspuff ist, den kleineren Koffer nehmen. Schauen wir uns das mal gerade an. Hier haben wir die silberne Variante. Und das Topcase hat hier oben nochmal zwei Verzogungsmöglichkeiten. Geht nach oben auf. Und ihr könnt hinten zusätzlich noch ein Rückenpolster dran machen. Das blenden wir euch einmal hier ein. Das gibt es also zusätzlich dazu. Und für das Topcase zu befestigen, braucht ihr ebenfalls dieses 4P-System. Und zwar als Topcase-Träger. Und dazu braucht ihr die jeweilige Halteplatte. Es gibt zwei Varianten dafür. Die zeige ich euch hier mal. Es gibt einmal die Alu-Variante und einmal die Kunststoff-Variante. Diese Alu-Variante hat natürlich ein bisschen mehr Adventure-Look. Ist ein bisschen teurer. Alternativ gibt es diese Kunststoff-Halteplatte. Die kommt quasi oben drauf auf euren Topcase 4P-Träger. Und ja, diesen Träger, selber wie ihr den montieren könnt, seht ihr immer, wir haben unten die Anbauernleitungen drin. Also einfach mal draufklicken, öffnet sich ein PDF und ihr könnt sehen, ob das Ganze schwierig ist. Anbauzeit pro Modell etwas unterschiedlich. Rechnet mal mit einer Stunde auf anderthalb. Lasst euch Zeit. Es ist alles gut beschrieben. Die Qualität ist gut. Wir haben, wie gesagt, die Bedienungsanleitungen im Artikel schon drin. Da könnt ihr schon mal reingucken, wenn ihr wissen wollt, wie man es anbaut. Ansonsten liegt die auch nochmal bei. Ausgedruckt. Und ihr könnt sie natürlich bei uns als PDF runterladen und euch ausdrucken oder am Handy schauen. Also lasst euch dabei Zeit. Aber ist alles machbar innerhalb von ein bis zwei Stunden, sag ich mal, je nach Modell. Das war schon mal eine kurze Vorstellung der Terra-Koffer von Shed. Wenn ihr Fragen zu den Koffern, den Topcases oder den Haltern habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an service.rw-moto.de Oder ruft uns einfach an. Ja, hat euch das Video gefallen? Würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Und unter diesem Video haben wir noch einen kleinen Link. Dort könnt ihr nochmal die Übersicht der Koffer sehen. Der Halteplatten, für welche Modelle es die Halter gibt. Und bis dahin würde ich sagen, gute Fahrt. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.